Hallo, hallo, hallo. Ja, willkommen zurück. Oh Gott. So, ähm. Ich wollte mal gucken, was wir heute machen. Weil irgendwie kommt mir das Hardcore grindy alles vor. Und ja, ich wollte mal gucken. So, aber ich wollte eine Vault bauen. Und so. Oh. 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 Oh Gott. Napis-Aloy? So. Welche Größe will ich denn bauen? Oh. 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 54 108 Lapis 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein bisschen viel. Das war's für heute. 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 Okay, okay, vielleicht müssen wir... Okay, vielleicht müssen wir den abreißen. Oh mein Gott, das wird... Das war's für heute... Dann machen wir... Dann machen wir... Sollte... 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 So, ich will mal gucken, der hat disenchant, ne? Der müsste ja eigentlich auch die, den ganzen Kirchen abfrühstücken. Das hier sollte ich definitiv mal zumachen. So, dann kann da nix mehr reinfallen. Äh, wie funktioniert denn der? Okay, dann fahren wir ein wenig XP. Okay. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Machen wir wieder ein paar ... 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 was soll ich denn killen außer mobs was geht und hallo erstmal nabend ja ich weiß nicht aber erstmal guten abend witzel willi und ja so ähm und guten abend erstmal dankeschön dankeschön band, sheen and the gang klar sind die mobs bio da die aus reiner luft produziert werden also eine natürlichere Entstehung geht ja schon fast nicht ich produziere jetzt lapis dafür musst du xp auf den disenchanter geben und der droppt das hier auf blue die ja ja also und das soll noch grindiger werden also ja oh god und der droppt Das war's für heute. alter schule ja ich habe das gefühl die haben alles komplizierter gemacht und die loot tables gedroppt und auch noch so ein paar andere sachen gemacht also was ich zum teil schon gelesen habe war nicht gelesen sondern gesehen hatte war dass leute nicht mehr so recht lust haben weil das zu hart grindy wird und man relativ schwer das offline betreiben kann also was heißt offline man muss die ganze zeit irgendwie aktiv was tun damit man vorankommt das finden die wohl nicht ganz so cool ja 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 also rein finde ich in Ordnung solange du am ende irgendwie das ganze auch automatisieren kannst Na ja. 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 Right. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Vielen Dank. Ja, da hast du natürlich gereicht. Ah, okay. Oh. Der Schleimbälle ist ja relativ easy, würde ich sagen. Okay. 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 Und funktioniert die Kacke nicht. Was zur Hölle? Das ist jetzt auch nicht gerade ohne. Das ist jetzt auch nicht gerade ohne. Vielen Dank. Vielen Dank. I'm so on this side. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Mixer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nappend. Was geht bei dir? Ja, brauchst du. Und zwar wird der Kleber eingesetzt, um die ganzen Sachen zu verbinden. Du hast, wenn wir jetzt hier mal Bearing eingeben, hier auf der grünen Fläche, die einzelne hier, kann was draufgeklebt werden. Das bleibt dann auch hier dran. Und alles andere musst du dann mit Kleber befestigen. Und alles andere wird verwendet. Und alles andere ist gut. Und alles andere ist gut. Und alles andere ist gut. Ja, also du klebst die Sachen hier dran fest. Äh, ich hab keinen Klebstoff dabei. Aber so hält das dann an dieser Konstruktion. Das ist der Center Block, der hier an dem Bearing hängt. Und mit einem Rechtsklick drauf aktivierst du das Ganze. Jo. Okay. Ja, vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Jo. Viel Erfolg. Na jetzt bist du aber weiter als ich. Zunächst nachdem ich nicht mehr weiter gemacht hab. Ja. Ich hab ja gestern auch einen ganz schönen Haufen drauf geballert. Ich hab mir gestern die Mühe gemacht, die Milkshakes herzustellen, um am Ende festzustellen, dass die deaktiviert worden sind. Und dann auch noch so mies deaktiviert. Das heißt, man kriegt noch die Steine, wenn man das gegen Lava laufen lässt. Aber man, äh, erhält keinen Loot. Und das war ein wenig fies. Okay. Ja, also ich hab ewig und drei Tage dafür gebraucht und dann ist da am Ende nix bei rumgekommen. War sehr, sehr schade. Dafür haben wir aber das Ganze nutzen können und ich hab hier eine Steinfabrik hergestellt. Jo. Naja, und jetzt bin ich gerade dabei die Vault zu bauen und ich hab einen kleinen Fehler gemacht. Was ein bisschen blöd ist, aber naja, was soll's. Weil das das Potastik hätte ich nicht äh hier reinschmeißen dürfen. Ach, das geht nur da drüber. Oh mein Gott. Okay. Ja, das ist jetzt auch natürlich ein bisschen hardcore. Dass man das hier nur durch ein Wheel jagen kann. ist alles ein bisschen sehr stressig, hab ich das Gefühl. Alter Schwede, noch mehr. Oh. Ich will gerade die Vault bauen und ähm ja 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 Das ist ein bisschen nervig mit dem ganzen Geloot hier oder Gefarme. Das ist ein bisschen nervös. Das ist ein bisschen nervös. Das ist ein bisschen nervös. Ja, das ist alles ein bisschen viel. Ja, das ist ein bisschen nervös. Ja, das ist ein bisschen nervös. Ja, das ist ein bisschen nervös. Und, 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 und bauen kann. Ja, das ist ein bisschen nervös. 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 Um, 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 um. Um, 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 um Okay. Okay. Jetzt haben wir wieder hier alles auf maximaler Geschwindigkeit hochgestellt. Okay. Oh, Gott. Schöpfe Okay. Oh, ich wüsste noch was. Oh, ich wüsste noch was. So, und dann frittieren wir Powdered Obsidian. Oh, ich wüsste noch was. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, sag mal was ich bei YouTube da eingeben muss. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, okay. Okay. Ja, das ist natürlich auch entspannt. Jetzt ist natürlich die Frage, funktioniert das auch? Okay. 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 Alright. Okay, ja, dann passt das ja, dann denke ich mal ist das die aktuelle Create Version. Oh! 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 Oh, toll! Ich könnte heulen. Oh! 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 Dann haben wir jetzt ne Vault So und jetzt wird's lustig Ähm Crafter Oh 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 Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. It's a crafter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. 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 11, 12, 13, 14, 15, 16 16, 17, 18, 19, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 22, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29 Gods Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ein Precision Mechanism. Gott. Jetzt holen wir uns noch mal ein bisschen XP. Oh Gott. Das geht hier noch. Uff. Ja. Das wäre auch eine Idee. Okay. Okay. Ich glaube, ich mache das mit den fünf Fingern. Mal gucken, was das dann wird. Okay. 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 Let's go. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Die einzige Frage ist, funktioniert das auch, wenn ich zum Beispiel fünf Finger da stehen habe, aber nur drei brauche? ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Okay Testen wir gleich mal So, jetzt müssen wir aber eigentlich genügend Erfahrung haben Okay 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 Alright Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. Vielen Dank. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Also. 1, 4, 4, 7. Oh Gott. Okay. 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 Okay, man muss die also deaktivieren, irgendwie. Okay. Oh Gott, jetzt wird's übel. Ja, auf jeden Fall geht das bedeutend einfacher, schneller und du musst ja eh die Dingstens herstellen. Äh, du musst ja eh die Bricks herstellen, also passt das auch, würd ich sagen. Mmh, 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 mmh. Ja, auf jeden Fall. Merk ich auch grad. Joachim. So, das ist ja dann. Ich hab' einen ersten Auschwitz. So, so was kannst du. So, du bist noch ein bisschen. ... ich hab' eine sehr angenehme. Ich hab' einen Sack. Ha. 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 Ja, das glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay. So, darf nicht messen. Shelley zu behergel werden. Statt Euroville. remains sicher. neutrals 해요. PerfDR. Schatten find die Gäste. Oke. dergisch. Vielen Dank. 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 Damit du dann direkt Ingots rausbekommst. Was brauchen wir denn jetzt? Oh Gott. Okay. 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 Arbeit Und dann die 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 Okay. Oh, good. Ja, mit dem Crimson auf jeden Fall. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Hä? Warum funktioniert denn der Scheiß nicht? Da probierst du hier einmal was aus. Vielen Dank. Ja, wie relativ viel aktuell. Ich erinnere an die Milchshakes. Ich glaube, da habe ich vier Stunden dran gesessen. Es war ein wenig enttäuschend. Ich bin 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 ein wenig enttäuschend. Eintäuschend. Glocken kuchen Sie unszuwerden. Ich bin ein wenig enttäuschend. Ich bin ein wenig enttäuschend. So, uh, oh. Oh. Hey. Okay. 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 Um, 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 um. Okay. 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 Or definiert. Okay. Okay. Tackling. ублиiner. People. Walk from you out. How many yapıl Und was noch? Glas. 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 Untertitelung. BR 2018 Okay. So und jetzt das letzte. Okay. 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 So machen. Aber das muss hier unten brennen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie kriegen wir denn Smoked Locks hin? Achso, ja, am einfachsten ist es, wenn du dann, ähm, äh, wie heißt es gleich noch, ein Hopper anbringst. Oh. 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 So, und was brauchen wir jetzt? Cinderfloor. Oh. Oh. Und dann muss man die, also wenn du richtig weitermachen willst, musst du diese Smart Shoots nehmen. Damit das Kupfer da reingejagt wird. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Ah. Wow, bin ich dumm. Das ist auch nice. Ich glaube aber, du kannst auch vier Stück auf einmal. Also wenn du da einen ganzen, du kannst da einen ganzen Stack drinnen versenken. Das ist mir sehr wichtig. Oh, 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 oh. Wie kriegt man eigentlich Diamanten? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 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 Das ist so schön. Will ich hier gar nicht. Ich will ganz entspannt hier spielen. Ja, zwei Stück sollten erstmal reichen. Ja, zwei Stück. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Infernal Machine So, Freunde, freudiges Ereignis Wir haben jetzt alle Teile zusammen und können jetzt als letzten Punkt die infernale Maschine einsetzen und dann kriegen wir unseren Storage Terminal Und dann haben wir ihn Der kommt jetzt an die Wall dran Nice Können wir hier unsere ganzen nervigen Inventare Alle hier reinhauen Ich frag mich wie viel Platz da drin aber ist Yep Das find ich auch ein bisschen schade Ich hätt mich auch Muss ich wirklich sagen Äh, drüber gefreut Hätten wir Das volle Toms Inventory Aber ich glaub das wär dann wieder ein bisschen zu OP Ja, nee Das hat mir jetzt gereicht Was ist das? Was ist das? Ja, da habe ich Keine Ahnung Steht hier leider auch nicht dran 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 Steht hier leider auch nicht Man kann der Fallen Okay 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist alles ein bisschen hardcore viel. Okay, bis gleich. Ich gucke mir hier gerade noch die Rezepte an. Okay. 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 Was kann man damit machen? Okay. 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 Oh! Oh! Können wir ja mal ausprobieren. Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier steht ja drinnen, dass man noch mehr Glück hat, dass noch mehr von denen hier landen. Hier steht ja drinnen, dass man noch mehr von denen hier landen. Hier steht ja drinnen, dass man noch mehr von denen hier landen. Hier steht ja drinnen, dass man noch mehr von denen hier landen. Hier steht ja drinnen, dass man noch mehr von denen hier landen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Soh Ja, das war's. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Willkommen zurück. Wir wollen jetzt mal die EXP-Waffen ausprobieren. Oh, können wir die jetzt einmal testen. Oh, sink. So, und was kann das jetzt? Äh, ja, habe ich auch gerade gesehen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, die geben ein bisschen mehr EXP und das war's. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann testen wir mal die Schaufel davon aus Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, man kriegt einfach nach und nach XP Das ist natürlich Ganz hilfreich, wenn wir Mit, wie heißt es gleich noch Ja, jetzt finden wir, wenn wir Lapis brauchen oder so, dann ist das natürlich tiefenentspannt Nein, ich Discovery, ich binoni demanden, lasst mich die Schaufel dann optimism, vertrenden, die Schaufel, Zeit Whomoisлушай, glaube ich! Nein, hier sind wir hierhin, die Schaufel die Schaufel hammert, in der Schaufel herst, die Schaufel herrheb yok! Hm. Hm. Ah. Okay. Ja, man könnte jetzt natürlich auch noch mit dem Spawner anfangen. Wäre natürlich auch was. Ich habe glaube ich meine letzte Sonnenblume weggehauen. Vielleicht nicht gerade die beste Idee. Ich habe natürlich vergessen, das zu machen. Ich habe jetzt die erste. Ich habe die Säge mit dem Spawner. So, das ist eine Pfeil an. Ich habe mir das mit dem Spawner angefangen. Ich habe mir das mit dem Spawner vorbeigehen. Ich habe jetzt eine Marien-Mausausaus, das ist eine Spawner. Ich habe das mit dem Spawner vorbeigehen. Das war's für heute. Vielen Dank. So, jetzt habe ich noch ein paar Sachen gemacht. Das sollte ja erstmal reichen. 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 Oh. Okay. 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 Ja, da war ich auch schon am überlegen, ob man die ganzen Sachen hier eine richtige Fertigung macht, dann auch mit den Armen und so weiter. Ja. Ja, da war ich auch schon. 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 Ja. Ja, da war ich auch schon. Ja, da war ich auch schon. Ja. 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 Boah, das will ich mal im Singleplay ausprobieren. Was diese Infra-Sachen sind. Das einzige, was ich mir dabei vorstellen kann, ist... Uhhh. Das war's. Okay Wofür könnte man das denn benutzen? Äh O O O O Untertitelung des ZDF, 2020 Doch, ich sag eigentlich was. Ich war gerade nur irritiert wegen den... Ich war gerade nur irritiert wegen den... Ich war gerade nur irritiert wegen den... Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Ich war gerade nur irritiert. So... Äh... Kommt kein Ton mehr an? Also... Ton ist noch da. Ah, okay. Verdammt. Äh, ja. Ich war gerade noch irritiert. Ja, äh... Dann dir noch einen schönen Abend und bis morgen. Ich werde aber jetzt auch Feierabend denke ich mal gleich machen. Ich wollte noch gucken, ob man irgendwie diese Infra-Cubes nutzen kann. Aber ja. Aber anscheinend nicht richtig. Ich... 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, damit sollten wir erstmal ein bisschen genügend Brass haben für alles weitere. Das war's. So, aber eins will ich noch fürs Ende hier machen. Mal gucken, ob das klappt. So. So. Bearing. Und das sieht. So. Und... Bucket. Okay, das dürfte aber funktionieren. So. 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 Oh Gott, ich habe den Kleber weggeschmissen und wieder aufgefangen. Cool. Oh. Iron. Sticks. Oh. Okay. Sales. Sticks. Und das Seed. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh. Oh. Ja. Jetzt ist die große Frage. Oh Gott. Oh. 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 Oh.